Dominik! Hallo! Bist du hier? Super! Jetzt gleich? Ja, ich komm vorbei! Super! Tschüss! Da! Setz dich doch! Ich hab uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was? Was soll denn das werden? Nix. Ich dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Möchtest du was trinken? Wenn du meinst, ich ficke mit dir, nur weil du was für mich getan hast. Vergiss es! Nein!